gut ja ja du stehst da so jetzt wieder nicht ich habe hänger gehabt hier im game ich habe glaube ich ein blue screen weil ich ihn doch auf 5.1 laufen warum hast du noch so was du stehst hier und leckst rum du machst voll alter du machst voll die wix animation das nehme ich auf und das zeigt zeige dir also mit der hand alter was machst du da du perverse das sieht so gut aus